Bei Horizon handelt es sich um eine Kooperation zwischen Ullstein und unserem Schwesternverlag Bonnier Publishing in Großbritannien. Es geht darum, die englischsprachigen Titel von Bonnier Publishing in den deutschsprachigen Regionen bestmöglich zu vermarkten. Für Ullstein ist das Spannende daran natürlich diese enorme Erweiterung unseres Programms, des Sortiments, mit dem wir im Vertrieb zum Beispiel arbeiten können und mit hochkarätigen Autoren wie Joy Fielding und Alice Hilton, nur um Beispiele zu nennen, haben wir wirklich ein tolles Programm, mit dem man arbeiten kann und mit den Händlern entsprechende Aktionen und Promotions vereinbaren kann. Die Idee zu Horizon kam, während wir mit den Kollegen in Großbritannien an dem Joint Venture Manila zusammengearbeitet haben. Da haben wir einfach gemerkt, dass diese englischsprachigen Titel doch sehr stiefmütterlich in den deutschsprachigen Regionen behandelt werden und quasi einfach nur passiv zur Verfügung gestellt werden, aber nicht dem Markt angepasst werden, was Preise angeht, was Marketingaktivitäten angeht etc. Und da haben wir gesagt, Mensch, wir haben, aber hier im deutschen Markt, das ist ja unser Heimatmarkt, hier haben wir die Möglichkeiten, wir haben die Kontakte, wir sprechen mit den Händlern, da sollten wir doch zusammenarbeiten und Synergien schaffen, um am Ende eben für alle Beteiligten unterm Strich mehr rauszuholen. Mich begeistert der Gedanke dahinter, also dass man wirklich Synergien schafft und Potenziale ausschöpft. Der eine Partner hat starke Titel, der andere Partner hat starke Vertriebswege. Es ist einfach eine klassische Win-Win-Situation und für mich als Projektleiter war es halt super spannend, von der Idee tatsächlich den kompletten Prozess durchzugehen bis zur Umsetzung. Und in meiner Funktion als Vertriebsmitarbeiter ist es natürlich einfach toll, jetzt dann das Portfolio so erweitert zu haben, dass ich wirklich eine große Spielmasse habe, mit der ich arbeiten kann und Aktionen mit meinen Händlern vereinbaren kann. Es geht darum, gute Bücher erfolgreich zu vermitteln und genau das ist das Leitmotiv bei den Ulstein-Buchverleihungen. Auf der einen Seite ist es sehr effizient gedacht, sehr schlank gehalten und auf der anderen Seite wahnsinnig kreativitätsfördernd. Man lernt so viel von dem jeweils anderen, also UK von uns, wir von den Kollegen in UK und es ist quasi so eine gegenseitige Befruchtung und man merkt innerhalb des Projektes kriegt man schon wieder neue Ideen für Folgeprojekte. Das ist etwas sehr Aufregendes.